Hallo Leute, was geht? Der AC195 hier mit Let's Play Spider 2. Wir befinden uns hier immer noch in der Skellus-Einöde und haben hier mal wieder so ein Fläschchen. Das können wir abtöten. Die Flasche steht irgendwo, da waren wir noch nicht, glaube ich. Gut, den Talisman haben wir erhalten. Fehlt uns noch diese Knochen-Geschichte. Ah ja, da können wir gleich mal hier hochgehen. Die schweben, soweit ich weiß, so hoch, dass wir die nur mit diesen... ...Lava-Brückchen kaputt machen können. Ja, die schweben viel zu hoch. Da kommt man sonst nicht hin. Ach so, ich glaube, ich habe die Rakete auch gezündet, die da gerade ein bisschen irgendwo... ...gesteckt war. Weil da gerade hat so ein Geräusch gegeben, wie wenn diese Kiste aufgebrochen wäre. Hätte ich jetzt vermutet. Das war's, glaube ich, auch. Ah ja, das gibt ein Leben. Ich glaube, wenn man diese ganzen Kaktusse kaputt macht, dann bringt uns das an Leben. Ist zwar wahrscheinlich nirgendwo festgeschrieben, wie das genau ist, aber es ist so. So, das. Und dann hier. Bams, da muss man nicht unbedingt genau zielen. Und dafür kriege ich nochmal ein Leben, das ist schön. Jo, ähm... Genau, die Kiste hier ist aufgebrochen. Also hat die Rakete funktioniert. Äh, dann würde ich sagen... ...wir machen trotzdem erst noch die anderen Geschichten. Bevor ich jetzt hier weitergehe. Ähm, sonst muss ich nur mal kurz gucken. Ah ja. Diese Powerpunkte geben einen für kurze Zeit ein Schild. Damit kann Spyro über Lava laufen. Das wollte ich jetzt auch noch mit zeigen. Äh, natürlich wieder nur für kurze Zeit. Und wenn die Kraft vorbei ist, dann tut die Lava wieder weh. Aber so ein kurzer Schutz ist doch auch schön. Da kann man dann zum Beispiel so lustige Sachen machen, wie hier drauf rumrennen. Und einfach mal Wege abkürzen. Weil ich's kann. Zum Beispiel. Ähm, man kann... Moment, Moment. Ach ja, genau. Hier hoch gehen zum Beispiel. Da ist dann zum Beispiel jetzt dann auch das Fläschchen. Und noch so ein Typchen. So, wo ist der Knochen auch hier? Oh Mann. So, zurück sollten wir wieder kommen, auch ohne die Kraft. Glaube ich. Ja, geht schon. So. Der nächste steht wieder irgendwo. Jetzt hat man einmal die Möglichkeit... Ne, Moment. Ach ja, da hinten ist noch einer. Diese Knochen-Gelbe gehen in der Lava unter. Da kann man nur für kurze Zeit draufstehen. Aber, das reicht allemal aus. Damit man hier hinkommt und einen 25-Edelstein bekommt. Und ich find die Farbe einfach schön. Und dieses Violett. Oh nein. Beziehungsweise ist eigentlich rosa. Violett sind mehr die Fünfer. Okay. Ansonsten kann man hier einfach wieder runtergleiten. Da braucht man keinen Schild oder irgendwas weiter. Jetzt schauen wir uns hier drüben die Geschichte noch an. Da ist was. Und hier ist was. Und dort und düdlü. Vielleicht sollte man hier mal hoch. Ist vielleicht nicht so schlecht. Oh Mann. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass der eins hier nicht stört. Der wandert nämlich auch. Kurz fokussieren. Schießen. Springen. Passt. So. Da haben wir hier wieder so einen Typ. Röst. Und dann kann man hier rüber. Und hier rüber. Und ich glaube hier auch rüber. Yay. Und da ist noch einer. Oh Mann. Jetzt hat es mich fast runtergehauen. Om nom. Ah. Das waren schon alle. Erkennung. Eine Elfe hat es vor einiger Zeit bei mir zurückgelassen. Hm. Zufällig eine Kugel. Aber wer hätte das nur erwartet. Die Animation, die jetzt kommt, ist auch sehr schön. Jetzt werden die ganzen Knochen wieder zusammengesetzt. Naja. Und das Knochenmännchen führt einen kleinen Tanz auf. Naja. Ach ja. Der Humor von den Entwicklern war auf jeden Fall auch immer mit dabei. Man sieht es überall. Aber es muss sein. Sonst wird das Ganze hier schnell ziemlich langweilig. Und das soll natürlich nicht der Fall sein. Okay. Ja. Ganz großes Kino. Ich werde mich hier gleich wieder verbrutzeln. Wenn das so weiter geht. Probieren wir es nochmal. Vielleicht hätte ich auch den Schild aktivieren sollen. Wobei der wahrscheinlich nicht hält, bis ich da oben bin. Man kann es probieren. Aber das sollte ja eigentlich auch so gehen. Es ist halt immer ein bisschen hier wieder so fliegen, gleiten, bla bla gedöhnt. Eigentlich wollte ich ja hier runter. Denn da ist noch ein 25er. So, was wollte ich jetzt? Das mit dem Knochen haben wir. Ansonsten haben wir eigentlich auch alles. Hätten wir jetzt nicht die Geschichte mit der Treppe da vorn. Genau. Ach ja, mit dem Fläschchen. Das haben wir auch noch. Genau. Dann machen wir erstmal die Geschichte mit dem Fläschchen ja fertig. Und dann geht es da hoch zu dem, der da oben steht. Das sollte eigentlich hier sein. Jawohl. Ah ja. Und da haben wir es auch schon. Tutti Kompliti. Alle Edelsteine sind es nicht. Aber das soll nicht so schlimm sein. Und wir schauen hier rüber. Spyro. Unser Dorf wird von den Lava-Echsen überfallen. Kannst du sie verjagen, bevor sie meine Freunde fressen? Ich mache die Brücke niedriger, damit du rüberkommst. Ich probiere es. Sagen wir es mal so. Das ist jetzt erstmal nicht so schwierig. Wird aber dann noch schwieriger. Sagen wir es mal so. So. Abfackel. Abfackel. Man muss halt so schnell wie möglich schauen. Sonst fressen die die nämlich. Oh Mann. Wo ist er? Ah, da hat es. Ja. Der eine hat einen verschluckt. Okay. Om nom. Und dann Knochen rausgespuckt. Nochmal. Es gibt halt so eine Reihenfolge, nach der man es machen muss. Und dann ist es eigentlich prinzipiell relativ. Einfach. Und dann glaube ich der. Nee. Ah. Schnell. Einer noch, einer noch, einer noch, einer noch, einer noch, einer noch. Ja. So. Gut gemacht, Grashüpfer. Nimm dieses glänzende Ding, das wir gefunden haben, um dir bei der Reise zu helfen. Danke. So, jetzt gut aufpassen. Ah, er sieht so aus, als fallen noch mehr Echsen-Eier herunter. Bist du bereit für eine weitere Herausforderung? Eigentlich nett, aber hilft ja nichts. Und das ist jetzt Schwierigkeit 5 Sterne. Also das ist wirklich sehr schwer, weil man sehr fix sein muss. Es werden jetzt noch einige Eier mehr. Beziehungsweise die Verteilung ist prinzipiell auch anders. Man muss viel mehr rennen, um das hinzubekommen. Weil die an unterschiedlichen Stellen jetzt schlüpfen. Eins. So, dann hier. So, dann hier nehme ich überall. Das ist der. Den muss man zum Beispiel erstmal ignorieren, habe ich das Gefühl. Äh, wo ist der andere jetzt? Da habe ich schon... Ah, da hinten. Ja, ja. Okay. Nochmal. Äh, ist halt schwierig, weil man relativ viel rennen muss. So. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. So, hier. Und hier. Ach Gott. Ah. Hm, die Reihenfolge immer so richtig rauszubekommen ist scheiße. So, hier, hier, hier. Hier. So, das ist sehr gut. Einmal. Ah, scheiße. Nochmal. Ich bin gut drauf. Hopp. 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 Ja. Danke, dass du uns nochmal geholfen hast, Spyro. Kein Thema. Du verdienst noch ein glänzendes Ding. Sehr gut. Ich wollte es als Nachtlicht verwenden. Mh, mh, mh. Mh, mh. Kugeln sind doch viel zu schön, um sie als Nachtlicht zu verwenden. Na dann. Gut. Äh, war da irgendwo noch Zeug? Nee. Das ist die Frage, wo sind noch Edelsteine? Das Parks zeigt hier irgendwo noch was an. Schauen wir uns mit an. Ein Leben. Das habe ich dir sehen. Gehen wir mal weiter. Die Edelsteine müssen ja praktisch irgendwo sich hier verstecken. Oh, da oben. Irgendwo hinten. Nehmen wir den Powerpunkt sicherheitshalber nochmal mit. Auch wenn der relativ schnell runter geht, aber das ist prinzipiell auch wurscht. Wo? Da ist was. Ja! Und wir nehmen nochmal den Powerpunkt. So, Sparks hat keine Arbeit mehr. Und wir verlassen besten Gewissens die Skellus-Einöde. Hat besser funktioniert, wie ich gedacht habe. So, kleiner Abspann mal wieder. Mhm. Genau. Die Kamera läuft allerdings weiter. Hm. Naja. Ähm. Ich glaube, wir packen noch kurz den Metro-Ring an. Dann haben wir uns den zumindest auch mal mit angeguckt. Mal schauen, ob ich den auf Anhieb schaffe oder ob das genauso beschissen wird wie der Ozeanring. Mal gucken, mal gucken. Hallo, Laura. Möchtest du, dass ich dich in eine Welt führe, in der du einen neuen Talisman findest? Leider nicht. Äh. Das wäre zum Beispiel Windhafen oder Glut oder was weiß ich. Wir haben noch genügend zu tun, aber erstmal gucken wir in den Metro-Ring. Ich brauche keine Hilfe von dir. Ich kann das allein. Und wir haben übelst viele Edelsteine. Gute nur weiter. So. Auch wenn man, Geld sagt, mal wieder irgendwann ein bisschen was bezahlen müssen. Ähm. Naja. So. Wir haben hier Täubchen, die wir abfackeln müssen irgendwie. Aus welchen Gründen auch immer. Äh. Jo. Ist so. Die sitzen auf irgendwelchen Schaltern. Und so. Da haben wir unten noch was. Wir haben hier Bungee-Springer. Die ich erstmal wieder lokalisieren muss hier. Zack. 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 Ja. Das war's. Äh. Jo. Einfach so. Zack. 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 Äh. Ja. Wir haben hier irgendwelche Tore. Aha. Und irgendwelche Schildmenschen, die wir zwischendrin auch noch mit abfackeln sollen anscheinend. Das ist jetzt nicht das Problem. Eher weniger. Äh. Die Tore hier sind ein bisschen komisch irgendwie. Mal schauen. Äh. Gut. Da komme ich irgendwie gerade her im Minium. Ah ja. Hier ist noch ein Einer. Dann haben wir das anscheinend auch Tutti. Äh. Wir müssen schnell auf die andere Seite. Schneller, 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 schneller. Äh. Irgendwo ist noch ein Schildman. Und irgendwo sind noch Tore. Aha. Nein. Schneller, schneller. Spyro, Spyro, Spyro. Hop, 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 hop. Ja, geschafft. Aufs erste Mal. Ich hab das Gefühl, der Ring ist ein bisschen einfacher wie der andere. Äh. Natürlich sind wir nicht blöd und machen gleich noch die geheime Herausforderung, die... Boah. Ich glaube, irgendwo hier war. Da gibt's irgendwo einen versteckten Raum. Irgendwie. Oh Gott, wo war das? Boah. Deckt mich am Saar, ja. Ah, da ist es. Hinterm... Im Wasserfall. So, hier ist ein Typ. Hier auf dem Metro-Ring werden wir von Verbrechern geplagt. Aber ich glaube, du kannst uns helfen. Eine Bande diebischer Katzen klaut meine Wahlgelder, indem sie die Wände der Häuser hochklettern. Wärst du bereit, sie zu verbreiten? Kein Thema, Mr. Bürgermeister. Ich weiß nicht, wieso du dein Büro oder dich hier hinter dem Wasserfall versteckst. Ist aufpasst. Jo. Toll. Der Jäger konnte die Schurken von den Häusern schmeißen. Aber wir müssen die Beute fangen, bevor sie in den Kanal fällt und verloren geht. Der Jäger wartet draußen auf dich. Viel Glück. Auf geht's. Zur geheimen Herausforderung. So. Äh. Ist an sich. Hoppala, jetzt hat es mich gerade ein kleines Bäuchchen gemacht. Ist an sich recht lustig. Man muss hier dann das Zeug einfach aufheben. Ich müsste hier eigentlich gar nicht fackeln. Die kann man Seelen ruhig in Ruhe lassen. Hier einfach das Zeug immer schön aufsammeln. Äh. Soll uns natürlich nicht verloren gehen. Ganz klar. Sturzflug. Hm. Jetzt habe ich was verpasst. Scheiße. Ja. Den hast du wohl übersehen. Aber es kommen immer mehr Einbrecher, die uns ausrauben wollen. Bist du bereit? Ja, ja, ja. Bla, bla. Bla, 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 bla. Ja. Nochmal. So, Jäger schießt die immer an und dann lassen die das Zeug fallen. Jetzt habe ich sie geblickt. Sehr interessant. Ja. Kriegen wir hin. So, jetzt war die Scheiße weiter unten. So, dann hier. Genau. Sehr gut. Äh. Dann der hier. Wahrscheinlich. Je. Hm. Guck mal, wird er. Nein! Ach, lecken. Ja, ich habe trotzdem einen übersehen. Ja, ja, bla, 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 bla So, da muss ich mal kurz wieder gucken, dass wir weiter unten, so und dann haben wir hier gehabt, dann hatten wir den, genau, hatten wir den da, Guter Gott, hier durchs Tor, na jetzt werde ich sowas schaffen, auch heiliges, naja, okay, und einer fällt noch, der sich da, oh Mann, geschafft, gut gemacht, du hast es diesen Halunken wirklich gezeigt, danke für die Kugel, Mr. Bürgermeister, und danke für die geheime Herausforderung, so, wir enden das Ganze, und damit zurück nach Herbstfeld, puh, jetzt haben wir eigentlich im unteren Bereich von Herbst so gut wie fast alles abgeschlossen, ich bin sehr begeistert von mir, muss ich mal zugeben, ähm, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal dann, äh, wenn wir in den Windhafen gehen, wenn es euch gefallen hat, bitte kommentieren, abonnieren, ansonsten bin ich da, 21.05, bis denn, und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao.